Kala von Lahnstein freut sich über ihre Nachricht. Hallo Kala, ich bin's. Ich wollte dich nur fragen, ob wir uns morgen sehen können. So gegen 10 im Büro zum Beispiel. Sag mir doch Bescheid, ob das klappt, ja? Danke. Ciao. Ach ja, das hat vorhin geklingelt. Sie haben eine neue Nachricht. Hallo Kala, ich bin's. Ich wollte dich nur fragen, ob wir uns morgen sehen können. So gegen 10 im Büro zum Beispiel. Sag mir doch Bescheid, ob das klappt. Danke. Ciao. Sei mir nicht böse, aber es war ein anstrengender Tag. Ich möchte zwar alleine sein. Habt man ja wenigstens morgen zusammen frühstücken? Ich hab ein paar wichtige Meetings. Schon gut. Ich verstehe. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo. Hallo. Hallo Kala. Schön wegen gestern. Also wegen gestern. Ich, ähm, verstehe. Es war ein Fehler. Du hast es nicht so gemeint. Wir vergessen es einfach. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich hab jedes Wort so gemeint. Kala. Ich liebe dich. Wirklich? Ja. Und ich werde auch dazu stehen. Was machen wir hier eigentlich? Und zu küssen. Erst sagst du, dass du mich liebst? Ja. Und dann wärst du schön brav mit deinem Freund nach Hause. Nein, Kala. Ich will mit dir zusammen sein. Das sagst du. Das meine ich auch. Weißt du eigentlich auch, was du dich da einlässt? Du glaubst mir nicht. Kala, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Du glaubst mir nicht. Doch. Aber was ist mit Lars? Den liebst du doch auch. Das ist was ganz anderes. Ja, weil du mit ihm zusammenleben kannst und mit mir nicht. Nein. Wir beide, wir können uns immer nur heimlich treffen. Wir müssten aufpassen, dass man uns nicht erwischt. Das ist mir schon klar. Ich meine deine Verlobung mit Bernd? Das ist sicherlich eine gute Tarnung. Aber es ändert doch auch nichts daran. Das kriegen wir schon alles hin. Lass uns das mal gucken, was zwischen uns wird. Das kann ich dir sagen. Am Anfang wird es wunderschön sein wie jede neue Liebe. Aber dann, nach ein paar Monaten, wirst du genug davon haben. Woher willst du das wissen? Aus Erfahrung. Ich verstecke doch schließlich schon mein halbes Leben, meine Gefühle nach außen. Und das ist nicht leicht. Deswegen kannst du nicht mit mir zusammen sein. Carla. Ich werde mich von Lars trennen. Es geht mir dabei um dich. Ich will dir das einfach nicht zumuten. Weil ich dich liebe. Bevor du deine Beziehung beendest, denke noch mal ganz in Ruhe darüber nach. Ich werde mich von Lars trennen.